Ich bin Jörg Buntschuh und ich bin Schauspieler und ich mache mir Sorgen. Da draußen sind jetzt so viele Menschen, die nicht wissen, was sie tun sollen. Diese Menschen brauchen Aufklärung, sie brauchen Werbespots fürs Händewaschen und für Maskentragen. Sie brauchen Plakate, auf denen steht, dass sie diszipliniert sein sollen. Diese Menschen wollen diese Plakate. Das ist jetzt so wichtig. Hängt mehr Plakate auf, schaltet Werbespots, macht Werbung für Abstand und für Hygienemaßnahmen. Die Menschen sind so dumm, man muss ihnen genau sagen, was sie machen sollen. Gemeinsam schaffen wir das. Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an die Corona-Maßnahmen. Danke. Beide und bleiben Sie nicht. Abschneidet in die Corona-Maßnahmen. B marcaatungen ist nicht einfach. Bricaatungen ist nicht einfach. Bei der Fahne ist nicht einfach. Der Fahne ist nicht einfach. Beide und Leader ist nicht einfach. Es ist nicht einfach.